Einfachfohlen Machen wir das doch, der geht hier rüber zur Marinebasis Da gehen wir mit Da gehen wir einfach mit So, Isaac Folgen Äh, pfff Ups, jetzt hier muss ich wieder richtig langsam Ja, jetzt Da steht er Guten Tag Hm Pfff Ich muss erstmal wieder oben schalten Come on Wie ein Ego-Shooter Wie ein Ego-Shooter Wie ein Ego-Shooter Oh, der ist nicht tot So, mitzauern Ksoi Wie ein Ego-Shooter Oh, ja Oh, ja Matakki Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Fertigkeiten, um neue Aktionen und Fähigkeiten freizuschalten. Ex-sch-sch-sch-sch-l-e-n-t. Wo gibt's noch? Jan. Ich bin auf den Krieg. Und ich werde die Mutter von der Mutter von der Mutter. Ich werde die Mutter von der Mutter. Du bist auf diesem Land. Ich bin ein Wiedersehen. Jan. Herr! Hey, Jenny ist aufgeholt. Toll. Also, wenn wir jetzt schon Kapitel 14 sind, ich glaube, so lange geht das dann nicht mehr. 16, wie viel hat das? Dann sehe ich diese Insel gar nicht mehr, die hier über mir fliegt mit dem Schatz. Ich dachte, da komme ich nur drauf. Aber... Das sieht nicht so aus. Geh zum Brunnen. Hm... Na ja, guck, jetzt sind wir nämlich schon... Kapitel 15, die Roboter an einem Ort besiegen. Wofi! Ush, ush, ush. Alles, was ich hier mache. Wofi! Das ist jetzt zu blab. Wofi. Wofi! 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 Die Roboter an jedem Ort besiegen wollen mich verarschen. Was ist das denn für eine Quest? Ja geil. Okay, dann kämpfen wir neunmal gegen zwei Robotas. Das ist spannend. Das macht Spaß. Ist er jetzt hier nach irgendeinem Suchen? Ist das richtig? Hab ich das richtig gesehen? Hä, wo ist denn? Hä? Hä? Versteh ich nicht. Ich geh erstmal nochmal weg. Was ist hier im Dorf? Na die verschwinden immer. Also hier. Ahja. Müssten wir also auch nicht stehen. Okay. 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 Hallo. Check. Vier statt oben links beim Ausgang. Da. 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 Das sind letztlich meine Linken hier auf der Autosola, ne? Was sonst ist es wieder? Was ist das? Das ist immer Nummer 4. Ja, danke. Richtung Marinebasis, einfach laufen. Nach Osten. Ob ich wohl direkt nach Norden ausgerichtet bin? Nein, ich bin nach Osten ausgerichtet. Ich bin doch richtig. Einfach hier rüber. Hier steht richtig einer. Ja. Ob du die Aufleger hier durch bist. Dass ich wieder irgendwie einen Eventauslöser verpasse oder so eine Scheiße. Ach so. Oh, cool. Wo ist das? Was ist das? Ja. Wo ist das? 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 Wo ist die Aufmerksamkeit? Das war aber mal ein Treffer. Oh Gott, wie läuft man Zeit? Achso, das war schon... So, Fertigkeiten. So, dann jetzt hier zum Funkturm auf dem großen Platz. Links oder rechts? Ah, das ist der große Platz eigentlich, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte es ja schon angreifen. Super sinnlos. Oh, das ist ja schon angreifen. Ja, wo noch? Will ich den Hafen auch noch? Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Da. Blechschrott hier. Sieben von neun. Na da, der hat Punkte jetzt gar nicht wieder aufgetaucht, das ist ja super klasse. Richtig scheiße. Nein, ich weiß nicht. Scheiße. Hä? Da oben. Wow. Oh! Arbeck und John hat keinen Zweck erfüllt, er war nur da. So, ja, dann darf ich nochmal nach da und muss dann da angesuchen. Das war rechts. Ein Arm weiter im Osten. Einen Stadtarm. Schauen wir mal. Kann der irgendwo hier sein? Ja, da sind sie. Den guten? Klar. Weiß nicht, der andere halt. Oder welchen. Also, ja, ich habe noch einen anderen geholt. Haben Sie den anderen gebeten? Nein. Nein. Wie hat der noch mal gespürt? Ja, wie immer den anderen. Nee, du hast ja den irgendwo. Nein, dir. Hä? Nein, mach dir den anderen mal. Nee. Danke. Los! Okay. 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 Das war ein Ende mit dem Roboton. Roboton. Da stehen die Zweihebrüste. Ah, ja. Ja, alle helfen, das ist gut. Und ich gehe zur Kanone. Die ist im Moment nicht einsetzbar. Und noch nicht? Okay. Ich schüttelte richtig. Es wäre hier und dann noch nichts in der Kalle. Ja, nein! Schade. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Und hier ja mal. Noch einer? What the fuck? Das geht hier aber, Leute. Langweilig. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Nee, das Gipfel, es passiert etwas Schlimmes. Vorwärts. Ich bin ja auf dem Weg. Ich kann leider nicht mehr reisen, müsst ihr wissen. So dauert das alles ein bisschen. So, jetzt kommen wir oben an. Und sehen. So, jetzt kommen wir oben an. Ich bin der Ruhig! Geht dann! Möken Sie? Nee, mach man! Ui, ui, ui! Unterhema, unterhema! Da ist dann aber nie mit einem Klabe-Mебis! Ui, noch nicht! Halte dich, Luffy! Luffy, du bist der Weg zu sein. Luffy! Luffy! Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich werde das nicht wegnehmen. Ich werde das nicht wegnehmen. Ich bin ein Schuss. Wir sind an der Kanone. Ist alles bereit.